Hast du ihn vielleicht in letzter Zeit zu sehen gekriegt, deinen windigen Käpt'n? Ruffy lebt ganz sicher, er wird nämlich König der Piraten! Schon allein aus diesem Grund kann er unmöglich hier sterben! Wenn ich das nicht auf mich nehme, darf ich mir auch nicht so ein Ziel setzen. Ruffy wird der König der Piraten werden! Unser Käpt'n Strohut Ruffy wird eines Tages der König der Piraten sein! Das steht ohne jeden Zweifel fest! Ich weiß nicht, wie stark er ist, aber in einem bin ich mir sicher. Unser Käpt'n ist stärker als er, ganz ohne Zweifel! Eines Tages wird er der König der Piraten sein! Er wird es schaffen! Ruffy wird Caesar besiegen, das verspreche ich dir! Die Strohhüte werden auf keinen Fall eure Untergebenen sein, schreibt dir das hinter die Ohren! Von Kerlen wie euch wird unser Kapitän niemals Befehle entgegennehmen! Ruffy ist der zukünftige König der Piraten! Mir ist völlig egal, auf welche Weise du mit Big Mom verwandt bist! Aber Ruffy ist derjenige, der König der Piraten wird! Und darum kennt seinen Heißhunger keine Grenzen! Ich möchte in die Crew des zukünftigen Königs der Piraten aufgenommen werden! Deshalb darf ich mich nicht von einer der vier Kaiser einschüchtern lassen! Der König der Spann sollst du zurück in die Crew des Skitnama? Mir ist着想st du durch den SpannURikon! Das ist besser, ganz ohne 전en Tote hier! Ich werde euch nicht von ein Tote nach außen zu nehmen! Ich werde euch nicht von einem Tote von einem Tote von einem Tote von einem Tote von einem Tote, einen Tote von einer in Kora um ein Tote von einem 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 Tote Untertitelung des ZDF, 2020